Herr Magister Wolf, was bedeutet die aktuelle Wetterlage und auch das, was auf uns zukommen wird für die Autofahrer? Wer mit dem BKW unterwegs ist, sollte insbesondere bei Regen oder Schneefall selbstverständlich die Geschwindigkeit anpassen und möglicherweise auch an eine andere Bereifung denken. Viele haben wahrscheinlich noch Sommerreifen auf ihrem Fahrzeug montiert. Hier wäre es möglicherweise sinnvoll, schon auf die Winterreifen umzusteigen. Sie haben es schon angesprochen, die Winterreifenpflicht ist erst ab dem 1. November offiziell, sprich tritt dann erst in einigen Wochen in Kraft offiziell. Aber ab wann wäre es denn sinnvoll und in welchen Situationen die Winterreifen schon anzustecken? Hier ist es geboten, dass man sich den Wetterbericht und auch den Straßenbericht ansieht. Ist auf der Strecke, die man fahren möchte, mit Regen oder gar Schneefall zu rechnen. So empfiehlt es sich auf jeden Fall, Winterreifen zu montieren. Oder wenn man keine Winterreifen zur Hand hat, kann man auch Schneeketten einpacken. Diese kann man dann im Bedarfsfall, also wenn es eine Schneefahrbahn gibt, montieren. Wie sieht es denn aus versicherungstechnischer Sicht aus, wenn ich jetzt keine Sommerreifen anhabe, aber jetzt passiert jetzt ein Unfall. Was ist dann? Man muss zwar mit keiner Strafe rechnen, wenn man bei einer Schneefahrbahn in der Zeit vor der Winterreifenpflicht mit Sommerreifen unterwegs ist. Allerdings kann es passieren, dass, wenn ein Unfall passiert, die Kaskoversicherung aussteigen könnte. Was aber jedenfalls sicher ist, dass die Haftpflichtversicherung zahlt, wenn man einen Unfall verursacht und einen anderen schädigt. Wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, das Auto an bestimmten Orten eben nicht zu parken, beispielsweise unter Bäumen. Können Sie uns da was sagen? Wo kann man denn das Auto am besten abstellen? Wo wäre es dann am sinnvollsten? Insbesondere, wer unter Bäumen parkt, läuft natürlich Gefahr, dass hier ein Geäst abbricht und das Fahrzeug beschädigt. Es ist einfach geboten, hier die Situation, je nachdem, wie sie sich gerade darstellt, zu beurteilen. Jetzt ist es natürlich so, dass bei den aktuellen Wetterbedingungen und die, die auf uns zukommen, die Unfallwahrscheinlichkeit steigt. Liegen da aktuell auch Zahlen vor, um wie viel Prozent die Unfälle tatsächlich auch ansteigen? Wenn es stark regnet oder gar schneit und das auch noch plötzlich passiert, steigt die Unfallgefahr natürlich extrem an. Hier ist es geboten, die Geschwindigkeit zu reduzieren und anzupassen an die Fahrbahn- und Sichtverhältnisse, möglicherweise die Bereifung auch anzupassen und keine abrupten Brems- oder Auslenkmanöver zu machen. Ist es auch ratsam, gerade wenn solche Wetterbedingungen auf uns zukommen, sich nochmal einen Termin in der Werkstatt zu sichern, das Auto noch einmal zu checken, ob tatsächlich wirklich auch alles passt? Wir vernehmen gerade, dass bei den Werkstätten die Termine zum Winterreifenwechsel schon ziemlich gut gebucht sind. Also hier empfiehlt es sich, so schnell wie möglich einen Termin zu machen. Wir raten nämlich davon ab, die Winterreifen selbst zu montieren und lieber eine Fachwerkstätte aufzusuchen. Alles klar, danke sehr. Danke.